In acht Tagen von Moskau nach St. Petersburg und in einem Monat von Liverpool nach New York. Ich... Подождите. Sekunde. Besonders zur... ...Raschauer. Можно? Ja, Raschauer. Klar, aber die öffentlichen... Besonders zur... ...Raschauer. Ich nehme ein... ...Muss schnell an den bestimmten Ort. Ich komme aus China. Da ist... Ich komme aus China. In Reisen sind Motorräder, Mopeds und Motorräder. Und sind... ...beliebt. Natürlich. Es ist nicht mehr möglich zu Fuß zu laufen. Dann bevor ich zu gehen... ...ich... Ich mache mit dem Flugzeug. Auch mag mich... Jetzt. Ich mache mit dem Flugzeug. Ich mache mit dem Flugzeug. Auch mag mich... Flughafen Wattesäle. Darum fliege ich am liebsten. Ich muss einmal umsteigen. Zuerst fahre ich zwei Stationen. Dann steige ich aus und gehe zu... Ich mache mit dem Flugzeug. Ich mache mit dem Flugzeug. Ich mache mit dem Flugzeug. Oft sind die Ticketautomaten etwas kompliziert in der Nutzung. Weiß man nicht mehr weiter, fragt man am besten andere Kunden, die ein Ticket brauchen oder kaufen. Also... Ich habe ganz vergessen. Ich habe ganz vergessen. Ich mache mit dem Flugzeug. Ich mache mit dem Flugzeug. Hallo. Können wir an diesem gemütlichen Tisch Platz nehmen? Ja, natürlich. Ich mache mit dem Flugzeug. Ich mache mit dem Flugzeug. Ich komme! Entschuldigung. Ich mache mit dem Flugzeug. Das ist für den Wein. Ah... Ich mache mit. Ich mache. Warum 20 Euro? Gut, ich mache 20 Euro? Warum nicht? Can I see you? We can try and eat a bowl? Peter, wir nehmen ein Glowchen-Salat. Okay, wir nehmen 2 Euro für ein Glowchen-Salat. Okay, dann kommt der Hauptgericht. Oh nein, wissen Sie! Ich nehme… Zagreile. Ich nehme… Man kann es einfach wegnehmen. Das ist klar. Los geht's. Hier sind Pütenfilet mit frischem Gemüse und... Ich kann es nicht vergessen. Gänsebraten. Gänsebraten. Das ist das sehr schweres Wort. Das ist das Schlimmste, was in diesem Text gibt. Pütenfilet. Du musst, значит, перезаписать, скажите. Pütenfilet. Hier ist Ihre Rang. Stop! Nein, danke. 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 Das ist sehr nett von Ihnen. Auf Wiedersehen. Das ist sehr nett von Ihnen.